Herzlich willkommen zu einer neuen Runde in der Asia-Mod für 7 Days to Die. Es ist früh am Morgen, die Glocke hat gerade geleuchtet und ich habe meine erste Werkzeug-Ausrüstungs-Quest in Arbeit. Mir fehlen noch acht Goldrutenpflanzen, dann kann ich zurück zum Händler gehen und hoffen, dass er mir irgendein praktisches Stück gibt. Und ich habe versucht, ein bisschen zu überlegen, meine Wohnung auszubauen. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, weil ich nicht weiß, ich habe nicht viele Ressourcen, das ist das eine Problem. Und das andere ist, ich muss mir vor allem ja auch was überlegen für die Horde. Ich bin vermutlich, ich bin mir nicht sicher, ich bin vermutlich an Tag 6, das heißt, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Tja, erstmal gucken, ob irgendwelche Tiere in der Nähe sind. Da irgendwie noch ein Wolf. Sehe ich im Moment aber keinen. Da sind noch gelbe Blumen. So, einmal. Ähm. Ich suche sieben Goldrutenpflanzen. Meine Infektion ist bei 63 Prozent. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Das macht sich schon sehr bemerkbar. Ich weiß nicht, ob die Tatsache, dass meine Ausdauer so runter ist, liegt vermutlich nicht nur daran. Aber ich habe nicht gegessen. Das war nicht so schlau. Aber ich gehe vielleicht auch nochmal zurück. Und ich habe auch nochmal ein bisschen überlegt bei meiner letzten Quest. In dem P.O.I. habe ich zwei Pferde gesehen und ich frage mich tatsächlich, oh, Reis, sollte ich versuchen, das wenige Essen, was ich habe mit den Pferden zu teilen, oder mit einem zumindest, und hoffen, dass ich mich dann schneller fortbewegen kann. Das wäre natürlich ein großer Gewinn. Da ich allerdings noch nie ein Pferd gezähmt habe, weiß ich nicht, wie viel Futter da, äh, ich dafür opfern müsste. Und ich glaube, ich brauche auch noch so einen speziellen Eimer. Hm. Aber vermutlich wäre es ein Versuch wert. Ich bin nicht mehr ganz am Verhungern. So, einen noch. Da. Jawohl. Äh, ist noch ein bisschen zu früh für den Händler. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen Zeit damit verbringen. Wie viele Sachen habe ich in der Tasche? Oh, wird schon wieder knapp. Holz aufzutreiben. Damit ich weiterbauen kann. Verflixt. Ich wollte eigentlich nur noch kurz ein bisschen Eisen mitnehmen. Ich muss die ganze Zeit vor Zombies weglaufen und die... Ich habe keine Ausdauer. Oh, verflixt. So, vielleicht kann ich meinen letzten Schlag hier noch anbringen. Das ist nicht viel Eisen, aber ich glaube, jetzt... Ah, da kommt schon wieder der Nächste. Ist es Zeit? Mal Richtung Händler. Uh. Oh nein. Ich glaube, jetzt habe ich zu viel eingesammelt. Aber das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Ach. Ach. Aus dem Weg. Ah, ja. Das ist ein ewiges Weglaufen, weil das andere auch keinen Sinn hat. Aber ich hätte gern noch einen Punkt in dieser Folge. Und dafür muss ich doch noch ein paar Sachen tun. Ein bisschen hacken, ein bisschen Zombies platt machen. Und ich bräuchte so viele Dinge. Das heißt, ich würde auch gern natürlich alles einstecken. Muss mich aber sehr zurückhalten. Ich hoffe vielleicht, dass diese Quest daran ein bisschen was ändert. Aber wir werden sehen. Nehmen wir mal das mit. Das ist entscheidend mir wichtiger. Oh, oh, oh. Zombies sammeln sich. Ich muss hier weg. Und mein Knüppel ist auch schon ganz schön runter. Nix wie zum Händler. Die Zeit müsste inzwischen soweit sein. Es ist auf jeden Fall schon mitten am Tag. Ich gucke jetzt nirgendwo mehr rein. Ich diszipliniere mich jetzt selber und gucke jetzt in kein Nest mehr. In keine Kiste und sammle nur bestenfalls Steine ein. Das kostet keine Ausdauer. Ich muss sagen, kurz stehen bleiben, erholen und einen Stein einsammeln. Brauche ich ja auch noch ganz viele. Was soll's? Ich wollte ja nirgendwo mehr reingucken. Okay, ich bin beim Händler. Da kann man auch keine Steine mehr einsammeln. Also nix wie rauf. So, da bin ich. Kannst... Hä? Du hast dich wieder zurückgekommen? Du hast dich nicht geholfen. Du hast dich nicht geholfen. Ähm... Darf ich nochmal in dein Inventar kommen? Aber ich hab eh kein Geld dabei. Ha! Du hast dein Werkzeuggürtel erhalten. Glück im Unglück! Einer aus dem fünften Camp, für den du die Materialien besorgt hast, hat es leider nicht geschafft. Dabei ist dein Gürtel mit zehn Plätzen für dich übrig. Endlich kannst du nunmehr Gegenstände gleichzeitig zur Hand haben. Es wird dir das überleben erleichtern. Aber hallo. Äh... Bin hungrig? Ja. Ach, echt. So. Äh... Gut. Dann werde ich mal zumindest diese dann hier runterpacken. Ich hab noch Eisen übrig. Das ist super. Das Zeug hab ich gefunden. Fünf, äh... Goldrückenpflanzen sind übrig. Und ich muss jetzt, glaube ich, mal nach Hause gehen und was essen. Auf dem Weg dahin sammle ich noch ein bisschen Bambus. Und eine Aufgabe nehme ich mit. Auch wenn ich die wahrscheinlich nicht mehr machen kann. Horde, horde. Was ist denn alles weiter weg? Nordosten, Südosten. Dann vergraben ist nicht gut. 200, 200. Das ist nah. Ähm... Oh, jetzt kann ich meine Sachen hier mitnehmen. Sehr schön. Ah, ich hab bestimmt noch da Sachen in der Kiste liegen, oder? Wie war denn das? Ne, hab ich alles eingepackt. Sehr gut. Jetzt kann ich endlich einfacher die Sachen aus meinem alten Zuhause holen. Das wäre ja mal ein großer Fortschritt. Okay. Erstmal los und gucken, was das ist, wo das ist. Vielleicht kann ich das verknüpfen mit der Suche nach einer Hordenbasis. Langsam. Tag 6 wäre es ja eigentlich an der Zeit. Meine einzigen Vorbereitungen werden darin bestehen, mich auf was Stabiles zurückzuziehen und mir Pfeile zu machen. Möglichst gute, aber im Zweifel auch einfach nur Bambuspfeile. So, ich guck mal auf die Karte. Ähm... Turm. Hier hatte ich noch ein Dorf gesehen übrigens. Da ist Stufe 1. Das ist wieder direkt im... Im... Im Innern der Stadt. Geh mal kurz nach Hause und ess was. Weil sonst wird es, glaube ich, kein Spaß. Und unterwegs packe ich noch den ein oder anderen Baum ein. Den zum Beispiel. So, Zeit für den Heimweg. Ich bin so ausgehungert, dass meine Ausdauer wirklich die Totalkatastrophe ist. Das macht keinen Spaß mehr. Ich muss also einen kleinen Stopp und eine Mittagspause vermutlich, wenn ich das so zeitmäßig abschätzen kann, machen. Und ich habe natürlich auch schon wieder die Taschen voll. Das heißt, ich kann nichts Neues einstecken. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die ich machen will. Ich habe ein Bienengift. Ein Gegengift gegen Bienenstich gefunden. Das ist super. Und ich sehe, ich habe schon zwei. Aber das schadet nichts. Zumindest da bin ich gewappnet. So. Das nächste ist... Hier. Ein bisschen Nitrat offensichtlich. Ja. Eins ist mir noch eingefallen. Ich habe... Nämlich fünf Punkte gut gemacht. Das heißt, ich kann... Letztes Mal... Ich will jetzt auf jeden Fall in Richtung Jagen gehen. Ich glaube, Vernetzungen sind so... Das Ding... Werkbank wäre auch cool. Aber ich habe mich für Jagen entschieden. Wirklich so richtig auf dem Schirm, was man damit machen kann. Und so. Das habe ich nicht. Wird dann als nächstes Schmiede und Werkbank machen. In dieser... Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Oder vielleicht auch die Schneiderwerkbank. Ich weiß nicht genau, was ich da brauche. Aber jetzt gehe ich mal in Richtung Jagen. So. Und dafür brauche ich Eisen. Das habe ich. Seile. Das habe ich aktuell, glaube ich, keine. Ich habe auch, glaube ich, nicht genug... Ah. Habe ich genug Gras mitgenommen? Wie viel brauche ich? Es gibt hier nur acht. Moment. Jagen. Ich brauche... Elf. Vielleicht habe ich noch irgendwo welche. Okay. Bambus habe ich für... Weile, weil ich habe nicht mehr so viele. Da mache ich mir auch noch mal welche. Dann gehe ich mal nach oben und werfe das Essen ab. Und vor allem muss ich ganz dringend was essen und hoffe, dass das trotz der fast bei 70% gelandeten Infektion... ...noch irgendwas bringt. So. Ich habe nämlich was. Daraus kann ich noch mal... ...gekochtes Gemüse machen. Wenigstens habe ich ordentlich Holz im Moment. Einmal das. So. Ich esse mal... Also gekochtes Gemüse. Nahrung 7. Gesundheit 3. Die frittierte Seidenspinnerpuppe. Ist noch effektiver. Ich esse mal die beiden. Das sind 14 Nahrung. Oh, ich bin schon sehr weit runter. Wie ist es mit den Eiern? Nahrung 10. Gesundheit 5. Das ist gut. Soll ich mich schon wieder ausmachen. Das noch hinterher schieben. Dann habe ich noch ein paar Sachen, die müssen ich wieder rein. Reis sammle ich. Ja, das Problem ist, dass hier tatsächlich einfach alles voll ist. Ich muss hier, glaube ich, mal die Luxussachen rauspacken. Die kommen erst mal nach unten, bis ich hier noch eine Kiste habe. Das brauche ich hier auch nicht. Ei, Zucker. Kann ich denn damit überhaupt schon Tee kochen? Ich tue es mal hier rein. Und Gras habe ich auch. So, den Rest nehme ich mit nach unten. Das gekochte Essen auch. Dann kann ich... Hier habe ich noch Platz. Da mal das gekochte Essen rein. Ich nehme die Eier mit. Und den packe ich auch hier mit dazu. Und die zwei Sachen. Das wird eh bald umgepackt. Hier. Ich packe mal das Eisen hier rein, weil ich brauche ja auch noch... Was brauchte ich? Die Pflastersteine? Ich brauche ja 100. Das weiß ich noch. Egal. Eins nach dem anderen. Ah, genau. Hier kann ich noch Seile machen. Seil. Ich glaube, ich brauche noch drei, wenn mich nicht alles täuscht. So. Ah, ich habe richtig viele jetzt. Sehr gut. Und die Federn... Ich brauche hier oben rein. Da mal die Hälfte hier lassen. Und ich muss viel mehr essen. Moment, wie war das mit dem Gesundheit bei dem hier? Genauso. So. Benutzen. Ähm. Okay. Jetzt nochmal zurück zum Jagen. Holz habe ich. Eisen habe ich. Seile habe ich. Nägel und fünf Kerzen. Habe ich tatsächlich auch. Ich habe vier Kerzen. Kann ich denn... Kann ich den Kerzen schon machen? Also eine Kerze, Pflanzenfasern, Tierfett oder Seil und Bienenwachs. Äh. Ich habe Bienenwachs. Und ich habe auch Seile. Und... Nehme ich doch gleich das Eisen nochmal hierher. So, ich mache eine Kerze. Dann habe ich fünf. Ja. Jagen. Jawohl. In der Arbeit. So, die Seile behalte ich hier. Den Rest... Damit kann ich nicht mehr viel machen. Wieso... Irgendwie habe ich das jetzt... Irgendwie habe ich jetzt mehr Kerzen. Aha, es waren mehr Kerzen. Okay. Gut. Na ja. Hier wieder hin. So. Also. Der Jagen ist in Arbeit. Das ist toll. Ähm. Was brauche ich denn noch? Was brauche ich denn noch? Ich habe jetzt eine Quest, die muss ich machen. Ich muss noch sehr viel mehr essen. Wie eine Verband. Irgendwas, was meine Gesundheit wieder hochpusht, außer Essen. Kann ich, glaube ich, tatsächlich nicht machen. Ähm. Ich hoffe, das wird sich mit dem Jagen vielleicht so ein bisschen ändern. Aber ich wüsste nicht. Gut. In der Zwischenzeit gehe ich in die Stadt. Zu Essen habe ich erstmal genug dabei. Ich gehe in die Stadt. Und, ähm... Also, ich weiß noch nicht, ob ich die Quest wirklich mache. Ich gehe mir das mal angucken. Halt, ich muss hier mal meine Keule reparieren. Ähm... Oh, das geht jetzt die nächsten 13 Minuten nicht. Moment. Äh, reparieren. Und jagen. Ähm. So. Ach. Axt kriege ich jetzt auch nicht verflickst. So. Und es regnet. So ein Pech aber auch. Ja, also, eigentlich gilt meine Suche einer Hordenbasis. Das, was hier im Farmviertel ist, ist total witzlos. Das sind kleine, einstöckige Holzgebäude. Damit kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Das ist schlechter als meine... Als mein Türmechen. Ich brauche irgendwas, was ohne große Verteidigung... Ah, hier ist es schon. Durchhält. Das ist das Farmhaus. Und aber nicht so riesig ist, dass ich es nicht schaffe, es zu klirren mit meiner schlechten Ausdauer. Ach, komm. Ne, ich mache das nicht. Ich gehe stattdessen auf die Suche nach einer Hordenbasis. Sammle unterwegs Kram ein. Oh, da ist noch ein Honig. Äh, ein Bienenstock. Mit vielleicht. Das wäre ja super. Oh, tatsächlich. Einmal Honig. Bei 69% Infektion. Aber hey. Ich nehme, was ich kriegen kann. Das nimmt genau 2% runter. Aber es schenkt mir auch ein bisschen Zeit, weil in der Zeit, in der es runter geht, geht es halt auch nicht hoch. Okay. Und natürlich brauche ich davon viel, viel mehr. So, ich flitze weiter in diese Richtung. Da habe ich die Stadt nämlich natürlich gesehen. Glaube ich. Und vielleicht gibt es da irgendwas. Aber sowas kann ich natürlich überhaupt nicht klirren. Ich könnte höchstens versuchen, aufs Dach zu kommen. Und da drauf sitzen und mich nicht bewegen. In der ganzen Zeit. Ein Garten. Und es sieht so aus, als wäre Zombie frei. Dann nehme ich doch mal alles mit. Und natürlich gibt alles andere auch Übungspunkte. Das heißt, es lohnt sich auch, das alles abzubauen. Und ich brauche eh Gras für Seile und so. Und das Gemüse vor allem, damit ich was kochen kann. Denn in dem Moment, wo ich, wo das bei mir mit dem, also wenn meine Gesundheit dann anfängt runter zu gehen. Ich nehme mal an. Keine Ahnung. Ich habe die Infektion noch nie so weit durchgespielt. Alles will ich jetzt nicht mitnehmen. Sonst habe ich die Taschen ganz voll. Wie jetzt schon fast. Also ich gehe davon aus, dass die Infektion hochgeht bis 100%. Und dann geht wahrscheinlich sehr schnell meine Gesundheit runter. Oh, verflüxt. Und dann kann ich versuchen, gegenzuhalten. Das wird natürlich nicht gehen, weil so viel kann kein Mensch essen. Ah, hier ist es echt schlimm mit den Zombies. Ne, das sieht auch gut aus. Also kann auch sein, es könnte auch knapp werden. Und das ist... Ah, okay. Aber das wäre eine Idee für die Horde. Ich glaube, das ist nur über einen einzigen Zugang erreichbar. Wenn ich mich nicht täusche und sich das nicht geändert hat. Und das würde bedeuten... Dass ich den wegkloppen könnte und mir nichts draus machen, dass da noch Zombies drin sind. Immer natürlich vorausgesetzt, ich kriege diesen Zugang rechtzeitig weg. Ha! So. Die ist ein bisschen weniger heftig. Das dachte ich, mache ich mal. Hey, da sind auch schon wieder Zombies. Ach ja, es ist einfach hier. Die Gebäude sind entweder riesengroß... ...oder... ...es ist viel zu klein. Und ich muss das eigentlich hier... ...markieren, damit ich das überhaupt wiederfinde. Ah, hier komme ich nicht durch. Oh, da ist ein Wolf. Vielleicht komme ich doch hier durch. Vielleicht... ...biege ich hier einfach ab. Und drehe eine kleine Runde. So. Das ist auch riesig. Kenne ich aber gar nicht. Oder ich setze mich auf sowas drauf. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ist immer gut, wenn man die Gebäude zumindest so kennt, dass man weiß, was auf einen zukommt. Nee, das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche was Überschaubareres. Okay, und jetzt bin ich eigentlich fast an meinem Zuhause ab, aber die Taschen so voll, dass ich wahrscheinlich doch wieder kaum was mitnehmen kann. Perflex. Oh, und hier gibt's Reis. Gut, ich werde gleich nochmal hier ausmisten. Noch nicht nachgewachsen. Mein altes Zuhause. Das war der Versuch, hier einzuziehen, aber es ist wirklich, also... Es war einfach nicht zu schaffen. Hier waren so viele Zombies. Ich bin zu nix gekommen. Ich glaube, meine Infektion steigt schon wieder. Gut, ich habe einen Bambusspeer und eine Klinge. Was habe ich hier noch? Jede Menge Bruchstücke. Würde ich ja so nach und nach tatsächlich gerne mitnehmen. Kann ich denn daraus nochmal Seile machen? Dafür brauche ich sowieso. Eins und die restlichen zwei lasse ich hier. So, was ist hier in der Essenskiste noch drin? Auch sowas. Und einmal Steckrübensaat. Kann ich denn schon Beete machen? Dafür brauche ich den einfachen Young. Das ist super. Und dafür brauche ich Nitrat und verrottenes Fleisch. Das heißt, das sollte ich doch unbedingt mitnehmen. Interessant. Vielleicht dann doch die Knochen hier lassen. Das mitnehmen. Essen aufessen. Das passt komplett rein, glaube ich. So. Dann habe ich noch einen Platz. Das nehme ich mit. So. Was habe ich noch? Knoblauch. Knoblauch. Knoblauch C. Und Knoblauch Pflanze scheinbar. Und ein Sojaöl. Einmal rein. Ja, das ist von allem nur so ein bisschen. Richtigen Knick kann ich hier jetzt eigentlich nicht machen. Aber gut. Eins habe ich dann mehr mit dabei. Und ich muss auch direkt zurück. Und habe nur noch einen Slot frei. Und ich muss schon wieder weg. Und zwar in die gleiche Richtung wie immer. Das ist ungünstig. Ich werde, glaube ich, noch mal einen Haken schlagen. Da ist schon wieder wild was los. Und ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Da ist an Rennen gar nicht zu denken. Und dann unterwegs noch Sachen einsammeln oder wegklopfen. Tatsächlich auch nicht. Ja. Schwierig. Aber ich glaube... Ich habe... Ich glaube, noch mal ein Stück in diese Richtung. Ich brauche irgendwas für die Horde. Und offensichtlich dauert das so lange, was zu finden. Dass es keinen Sinn macht, das noch weiter zu verschieben. Ich muss mich heute entscheiden. Und am nächsten Tag mich dahin aufmachen. Oh. Wo bin ich hier? Ah. Das Stadttor. Das wäre natürlich auch eine Idee. Also aber nicht, wie stabil das ist. Und ich weiß, da sind relativ viele drin. Und es... Also so... Da sind auf jeden Fall welche drin. Und es hat eine Treppe, die ich immer erst wegmachen muss. Ich sehe noch nicht richtig. Okay, da hinten. Das ist nix. Hier könnte ich noch mal Bambus mitnehmen. Habe ich Bambus in der Tasche? Ne. Lasse ich mal lieber. Ich habe ja schließlich... Oh. Da kommt nämlich auch noch mein Jagen. Ich bring mal... Na gut. Eine Runde könnte ich noch laufen. Habe ich Reis in der Tasche? Nein. Steht hier Reis. Das ist doch echt... Das brauche ich nicht. Wasser brauche ich. Okay, ich muss da was hier lassen. Und zwar... Die Erde. Ich gehe nach Hause. Hat gar keinen Sinn. Hat gar keinen Sinn. Und dann ist es einfach. Dieses eine Gebäude. Und ich hoffe einfach nur, dass sie es nicht schaffen, das im Laufe eines Tages abzureißen. Wir werden es feststellen, ob es funktioniert. Alternativ bleibt tatsächlich nur das hier. So, ich bin zurück an meinem Tum. Fast. Hier wächst ein Baum. Das ist ja interessant. Ähm. Ach so, ich kann ja gar keine Holzleiter machen gerade. Dann eben nochmal Oldschool. Wollte mal einen Leiterweg nach oben bauen, aber... Jetzt... Jetzt... Mache muss ich warten, bis... Der Jagen fertig ist. Oh, verflucht. Das ist der falsche Turm. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ach, du Schande. Wo bin ich denn? Nein! Ah. Ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen. Oh, Orientierung ist echt aber auch so ein Problem. Ähm... Meine Güte, ich bin in der völlig falschen Ecke der Stadt. Das ist ja blöd. Das ist aber sehr blöd. Huch. Ich glaube, ich flitze nochmal ein bisschen nach außen. Das scheint die sichere Variante ist. Dafür ist hier noch ein Bienenstock. Und da ist Honig drin. Oh. Wird doch nicht nochmal unter 65 kommen. Okay. Oh. Das ist nicht gut. Na, ich gehe weiter. Schnell noch das Wasser mitnehmen. Also der Honig, da geht es einem ja instant besser. So, ich muss jetzt hier auf jeden Fall, ich bin glaube ich gerade dabei, einmal um die Stadt rumzurennen. Das ist gar nicht gut. Ja, ja, schon klar. Meine Ausdauer ist super. Wo ist denn mein da? Ich könnte noch ein kleines... Ach nein, Moment. Ah, ah, ah. Ich brauche keinen... Nein, ich dachte, das wäre Nitrat. Huch. Das geht nicht. Tja, zweimal Honig gewonnen. Hätte ich das mal ganz am Anfang gemacht. Einfach einmal um die Stadt rumrennen. So. Das ist immer noch nicht die richtige Seite. Aber ich laufe mal weiter. Ich kann leider den Krullkopf nicht mitnehmen, den ich gerade im Augenwinkel gesehen habe. Das ist auch nicht meins. Aber hier kann ich mal einen Moment gucken. Okay, ich muss hier rechts runter. Ich muss genau entgegengesetzt. Aber jetzt bin ich schon an der Kante. Jetzt kann ich auch einmal komplett rumlaufen. Oder da nochmal rein, abbiegen und in die Stadt. Ein Glück habe ich die Quest nicht gemacht und das auf den letzten Drücker. Sonst wäre es echt eng geworden. So habe ich ein bisschen Zeit und hier ist jetzt ein Bienenstock nach dem anderen. Ich schaffe es nicht. Okay. Aber nicht mit Honig. Das wäre auch echt Glück gewesen. Aber hey, ich bin auf 67 runter. Na gut, mal gucken. Und noch mehr Zombies. Ich muss mich jetzt entscheiden. Zombies platt machen oder einmal durch die Stadt rennen. Und beides schaffe ich nicht. Da kann ich überhaupt nicht vom Fleck. Was ist denn da hinten noch? Was ist das? Oh, wow. Ein Friedhof. Wow, krass. Das sieht ja cool aus. Jetzt ist hier ein Zombie und ich kann es mir nicht in Ruhe angucken. Ist ja bitter. Und Level 8. Was vom Steine sammeln? Wow. Und Nebel. Oh, groß. Vier Totenköpfe. Ja. Muss nicht sein. Nicht mehr heute. Obst wäre jetzt auch gut. Ach, das kann ich mir tatsächlich nicht leisten. Ich kann noch was trinken. Und mein Jagen ist fertig. Das ist schon mal gut. So, ich muss jetzt langsam mal hier aufhören. Zu schweifen und irgendwo hingehen. Ah, da gucke ich jetzt nicht mehr rein. Sonst liegt das da, wenn ich es nicht einpacken kann. Noch nicht mal die schicken Hühnchen. Sind die nicht toll, die Hühnchen? Noch nicht mal das kann ich mitnehmen. Gut, gut, gut. Also ich glaube, ich bin tatsächlich... Ist das nicht das Haus, was ich markiert habe? Nee. Aber das wäre doch auch so eins... Das ist das, was ich eigentlich meinte, glaube ich. Also ich glaube, das hier könnte man für die Horde auch nehmen. Ich markiere das mal. Oh, 19 Uhr. Allerdings ist die Frage, ob das wirklich geht. Und drei Totenköpfe ist natürlich echt auch nicht zu verachten. Das könnte natürlich auch in die Hose gehen. Ey, du. Ich mache jetzt einfach mehr so kleine Zombies, die nicht so heftig sind. Aua. Um hochzuleveln. Und lass mich nicht mal von den anderen auf die Mütze geben. Das wäre zumindest eine gute Idee. Okay, das ist hier... Hier ist auch noch mal so ein Tor. Das sieht schon auch sehr stabil aus. So, ich habe jetzt drei Eventualitäten. Sollte aber vor allem gucken, dass ich nicht schon wieder nachts zu Hause bleibe. Das wäre echt ungünstig. Ah, hier ist das Feld, an dem ich schon war. Sehr gut. So, noch schnell alles einpacken, was ich sowieso schon in der Tasche habe. Nee, das war gar nicht. Doch, das war das Feld. Ich habe nicht einen einzigen Platz mehr. So, ich brauche sehr viele Steine, um aus diesen Bädern, die ich habe, ich habe zu Hause auch noch welche, dann tatsächlich auch Pfeile machen zu können. Deswegen sammle ich auch schon seit Tagen immer unterwegs wieder Steine ein. Ihr habt euch sicher schon gefragt, warum ich das mache. Ich wollte halt nicht so richtig Zeit damit verbringen, Steine zu kloppen. Das ist A, öde und B, dauert es wahnsinnig lang, weil mein Stamina im Moment beim Hacken wirklich so ganz katastrophal ist. So, da sind noch welche. Oh, an dem war ich schon. Da ist mein Westhouse. Laden für Reis. Laden für Reis klingt gut. Ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Das war doch noch ein Stück bis nach Hause. Jetzt nicht rumtrödeln auf den letzten Drücker. So, ich bin bei 67,5 und ich glaube, es geht jetzt wieder nach oben. Hat mir also nur kurz eine Verschnaufpause. Wahrscheinlich werde ich die Horde überleben und direkt danach sterben. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Ich würde ja eigentlich gerne noch Bambus mitnehmen. Das geht aber auch nicht. Habe ich Gammelfleisch dabei? Also kann ich auch die Dinger hier nicht weghacken. Okay. Zumindest habe ich den Jagen jetzt nach Hause gebracht und habe damit gleich das nächste Problem. Nämlich, der Jagen ist viel zu groß. Ich habe überhaupt keinen Platz, den aufzustellen. Das war schon beim Irori, musste ich das Obergeschoss gleich noch ein bisschen größer machen, damit es überhaupt ging. Und ich habe, der ist ja sicherlich nochmal so groß. Das mache ich aber gleich. Ich sehe erstmal zu, dass ich die Sachen jetzt auspacke. Wenn ich ein bisschen Platz habe. So, noch mehr Ressourcen habe ich nicht. Federn. Ich glaube, Knoblauch und sowas kommt hier erstmal rein. Saatgut auch erstmal. Was habe ich da? Ein Blasebalg. Das brauche ich auch noch nicht. Hier sind so ein paar Essensgeschichten. Und Wasser. Das kann ich... Ich habe hier noch eine Kiste für Teile. Ich habe es echt original geschafft, ein einziges Teil hierher zu schaffen. Naja. Wo habe ich denn so... Ich wollte doch... Ah, sowas habe ich hier. Ja, genau. Dann esse ich da mal noch eins. Und ich brauche dringend einen Korb, weil noch nicht mal die Pilze passen hier noch rein. Die Eier schon, die Pilze nicht. Doch, Pilze passen rein. Okay, ich brauche einen Korb. Dafür brauche ich Seil, Bambus und so weiter. Und ich würde gerne Bilder anlegen. Das heißt... Ich glaube, hier mal schnell diese ekelhaften Dinger weg. Das gebietet Eier anstand. Und hol mir noch ein bisschen Bambus. Solange es noch nicht nachts ist. So, ich glaube, es ist Zeit zurückzugehen. Es wird jetzt irgendwie dunkel. Dich ist geahnt. In der Austausch. Geschafft, geschafft. Fähigkeiten, Parcours erhöht. Das höre ich gern. So. Es ist Zeit, sich zu überlegen, wo der Jagen hin kann. Ich gucke mal kurz, wie groß der ist. Ähm... Okay. Eins, zwei, drei, vier Blöcke breit. Das heißt... ...mit den vorhandenen Stockwerken ist das nicht zu machen. Vor allem, weil man hier draußen, glaube ich... ...nicht gut was hinstellen kann. Ne, das geht, glaube ich, gar nicht. Vier mal zwei Blöcke breit. Wenn ich das richtig sehe. Und das geht hier nicht mit dem Geländer. Also, hier nach oben. Hier ist natürlich auch alles voll. Das heißt, es bleibt mir nichts anderes, als hier noch einen Stockwerk draufzusetzen. Ähm... Dazu brauche ich... Äh, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch mehr Blöcke auf jeden Fall. Weil ich muss ja mindestens die... ...mindestens das Dach hier bauen. So. Das ist die Höhe des... Ich habe zum Glück nicht das Dach gebaut, halt... ...bevor ich, äh... ...den Irori aufgestellt habe. Das heißt, ich kann hier noch was dran ändern. Und zwar... ...einfach eine ganze Ebene draufsetzen. Und zum Glück habe ich aktuell auch genug Holz, um das zu machen. So. Die Frage ist eigentlich eher, wie komme ich hier von... ...von Stockwerk zu Stockwerk. Und ich sollte, glaube ich, irgendwann mal alles... ...aufwerten, damit ich nicht das Problem habe, dass ich nicht mehr... ...dass ich dann versehentlich irgendwann was wegnehme. Und dann geht sowas wie ein Irori oder so flöten. Das wäre schlecht. So. Ähm, tja. Wie könnte ich das lösen? Könnte natürlich hier... ...weiter nach außen bauen. Und da einfach so eine Art... ...Treppenhaus dran bauen. Das ginge. Und ich muss hier auch überlegen... ...ich will die ganze Zeit hier schon irgendwie noch Körbe hinstellen... ...aber dazu müsste ich natürlich da nach außen bauen. Und eigentlich würde ich hier gerne... ...vielleicht mache ich einfach zwei Blöcke... ...ein Moment, ganz kurz. Äh, ich... ...ich würde gern so ein paar Blöcke so haben, dass ich durchschießen kann... ...nach unten, wenn da unten Angriffe sind. Und die werden natürlich... Oh mein, ich habe es ja gesehen, sobald die... ...sobald irgendwie der Kochtopf ein bisschen länger läuft... ...und irgendwo klopft hier auch schon wer. Sowas in der Richtung. Ich mache das mal noch nicht aufgewertet. Irks. Wo klopft denn hier was? Ich höre irgendwo was, aber ich weiß nicht, wo. Ähm. Arbeitet sich tatsächlich hier schon jemand an meinem Haus ab? Das klingt überhaupt nicht gut. Weil das alles noch gar nicht mehr als Holz aufgewertet ist. Okay, ähm. Ich kann schlecht runtergehen und nachgucken. Ich würde, glaube ich, perspektivisch gern hier noch ein Stück nach außen bauen. Vielleicht auch auf der Seite nochmal so einen Standfuß machen. Oder vielleicht baue ich da drüben noch ein Türmchen drauf. Das wäre ja quasi auf drei Seiten schon geschützt. Das ist eigentlich eine tolle Idee. Jetzt beunruhigen mich diese Geräusche aber tatsächlich sehr. Okay. Hier ist eh schon eins nach... Was ist da los? Ähm. Ich gehe mal kurz gucken. Also nicht runter. Nicht raus, meine ich. Aber... Offensichtlich ist da irgendwo... Eine Horde am sich irgendwo hinkloppen. Ich weiß nicht wo. Ah. Das hat keinen Sinn. Ich glaube, sie arbeiten sich irgendwo an der Mauer ab. Hier kann ich gucken. Genau. Sowas in der Art brauche ich, damit ich sehe, was unten vor sich geht. Und ich sage mal so, ist es nicht auf dieser Seite? Und auf den anderen Seiten habe ich sowas noch nicht? Tja, dann kann ich da, glaube ich, gerade auch überhaupt nichts dagegen machen. Vielleicht sind die hier drin irgendwie... ...festgelaufen. Ich würde ja jetzt hier so einen Block raus machen und Bars rein machen. Aber solche Bastelarbeiten an einem fertigen POI sollte man nachts nicht machen. Am Ende bricht dann alles ein und dann war es das. Ähm. Das heißt... Ich werde jetzt hier noch ein bisschen tüfteln und erstmal das... ...das... ...hier dieses... ...den Teil aufwerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann muss ich, glaube ich... Das Dumme ist, dass ich natürlich überhaupt nicht weiß, ob es schon Horde ist. Aber ich muss mich dann darauf vorbereiten, dass dem so sein könnte. Und dann werden wir schon sehen, was ich mache. Also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da... ...und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020